Ich erstelle eure verrücktesten Minecraft-Ideen. Ein Villager, der OP tradet. Sollte ziemlich leicht gehen. Der hier hat zum Beispiel das im Angebot. Und mit diesem Befehl kann ich jetzt verändern, was der mit mir handelt. So, und jetzt gebt ihr mir einfach 64 Diamantblöcke. Ich würde sagen, das ist ein guter Handel. Vielen Dank. Dass alle Mobs doppelt so groß sind. Das sollte eigentlich ziemlich leicht funktionieren. Jo, ist das krass. Richtig verrückt, ey. Richtig lustig. Äh, ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall komplett übertrieben. Ich kann sogar noch die Blöcke hier abbauen. Der Riesen-Zombie rastet richtig aus. Da ist irgendwas komplett kaputt gegangen. Ich bin gespannt, ob der Creeper auch explodiert. Was macht der? Yes, er ist explodiert. Flugzeuge. Ich habe einfach mal den Code von einem Tier genommen. Und mit diesem Spawn-Eye kann ich das Flugzeug jetzt spawnen. Äh, ja. Sieht noch nicht wirklich aus wie ein Flugzeug. Den Code muss ich ein bisschen verändern. Das erste Flugzeug fliegt. Ja, es funktioniert. Es ist abgehoben und... Ja, das ist doch absolut perfekt.